die 9 jetzt auf der kreuzung wir der ha doch gestorben ja ja nein so lol hey was macht der Lennart denn da wenn er sich jetzt Sachen aus einem Inventar holt ne am Arsch Lennart ha ich bin Lennart ist doch nur Gold Lennart 6 items Rüstung Schwert aber da fehlt doch noch ein item hat noch ne Hose ich ich freu mich schon wenn wir das hier geschafft haben sind endlich bei Gold nein nein boah ey ich hoffe ich wünsche ich könnte in die Zukunft sehen und gucken wie viele Folgen das hier werden wenn wir es ohne überspringen machen das ist es ist ich w die 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 aber eben Nein! Ein Sprung vor der Ecke! Eine Gedenk-Minute für Turtle. Turtle? Achso. Oh ja, er wollte ja erwähnt werden. Nein! Er fand sich erwähnenswert. Ich bin ländert. Ich fühl mich nicht lustig. Scheiße! Ui! Nein! So knapp! So knapp! Komm her! Komm, du schaffst das hier! Du bist gut! Warum bin ich denn so schlecht? Komm, ich bin gut und ich schaff das jetzt. Hier so, ne? Ui! Also irgendwie schlage ich öfter runter als er mich. Vielleicht liegt das da dran, dass ich dich mal wieder nicht schlagen kann. Du kannst mich erst nach einer Zeit schlagen. Ich kann mich aber auch erst nach einer Zeit schlagen. Ne, du konntest mich direkt schlagen. Ja, weil du auch schon lange da respawnt warst. Ja. Man kann einen irgendwie erst zwei Sekunden nachdem man respawnt ist schlagen. Siehst du, jetzt kann ich dich wetten später. Genau, jetzt kannst du mich nämlich früher schlagen als ich dich. Siehst du, der da früher spawnt, kann schneller geschlagen werden. Nein! 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 Klatsch! Nein! Klatsch! Ich komme jetzt hier. Nein! Klatsch! Klatsch! Nein! Nein, alter! Ich will jetzt mal hier weiterkommen als der zweite Sprung. Nein! Nein! Klatsch! Hey, nein! 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 Ja! Nein! Nein! Klatsch! Klatsch! Quatsch! Quatsch! Ja! Warten nach dem... Sterben ist doch immer schön. Am Arsch, Lennart Fick dich Alter, setzt das Wetter gleich wieder hin Ohne Witz, Lennart Weh, du hast jetzt Fick dich Ohne Witz Oh, ich bin leer, ich bin schlecht Ich hab nämlich mein Metal auch zerstört LoL Alter, Lennart, fick dich Hör auf dem Scheiß Der hat aus dem Game-Mod raus Aus dem Game-Mod raus Ha? Ha? Nein Komm, komm, komm Nein Nein Komm Lol, wie dein Kopf zu mir zeigt Fail Kann nicht sein, du warst schon viel länger Du hast auf mich gewartet und ich bin grad gespawnt Nee, 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 nee Du hast auf mich gewartet Guck in den Chat, du bist früher gestorben als ich Du bist aber viel früher gestorben als ich Lol, wo's leer denn? Scheiße, weg hier Nein Es sprung da hinten, ist voll schwer Ja, ich weiß, der ist eins nach dem Ecksprung Genau Das ist mega schwer, weil du brauchst da eben neuen Anlauf Fick dich Ich hör dich eigentlich runter Lol Nein Nein Ich dachte grad lernt, wäre ja auch untergesprungen, aber ist er ja nicht Lol Nein Nein Ja, 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 nein 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 Ich will doch, ich will doch rein Hatte doch ein Mysteryplan Nein Oh, scheiße, der guckt in die Richtung und es wohnt Scheiße Ich hör damit mal auf, ich möchte das hier schaffen Möchte ich doch auch Nein, da bin ich eins vor der Ecke abgedingend kratzt Wetten, Leiter schafft das jetzt vor mir Hölst damit auf, das nervt Ja, du hast, äh, gedingend Ja, du hast, äh, gedingend Nein Bei den letzten Stages besser war Was? Bei letztens Stages, ja gut, einmal Nein! Ja, ja, nein! Boah, ohne Witz, ne? Das ist mega schön. Boah, da wollte der Lärd mich schon wieder schlagen, ne? Ich hab's gesehen. Nein, da bin ich in ne Millisekunde spät auf die Taste gekommen. Mensch. Da hab ich auch nicht lauer, uns schlagen zu wollen. Hier, du weißt, ich besser bin als du, also hier. Nein, du bist nur später gefahren. Ja, ich weiß. Leute, da bin ich viel zu spät, aber du bist zu früh abgesprungen. Hauptsache, du sagst so, oh, ich will das jetzt springen und greifst trotzdem mal an. Notwehr, bevor du anfängst. Bisher, seitdem du dann das zweite Mal gesagt hast, aufhören, hab ich nicht mehr angegriffen und du greifst mich jedes Mal an. Ja, weil wir da noch nicht synchron gesporn sind. Ja, komm, diesmal jetzt. Nein, wieder eine Millisekunde zu spät. Hast du den Sprung schon geschafft, Marc? Einmal hatte ich den geschafft, ja. Letzte Aufnahme, der letzte Versuch, da hab ich den fast geschafft, war ich beim vorletzten Sprung. Den hast du verkackt. Ja, hab ich. Ich bin bei der letzten Aufgabe, äh, aufnahme auch nur bis zur Ecke gekommen. Ich hab noch einen Sprung nach der Ecke, letzter Aufnahme, letzter Versuch geschafft. Man könnte das vielleicht in einem durchschaffen. Wie? Ja, ich weiß es nicht. Theoretisch, hm. Also ich meine, ich hab das letzte Mal ohne, äh, einmal durch. Ja, guck schnell nach. Ja, pfff. Ja, pfff. Ne, aber hier ist auch kein Bock drauf. Aber ne, also bisher hab ich das immer ohne einmal durchgemacht. Nein! Ich frag mich aber, wie man das mit einem durchmachen soll. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, das wäre echt, ne? Und du fällst hier dann immer wieder auf die Schnauze. Fick dich leider. Fick dich leider. Immer wieder auf die Schnauze fallen hier. Soll doof, ich hab grad nur zwei Balken. Ne, jetzt wieder voll. Nein! Ah, nicht so mental. Oh, so... Ich bin sogar nicht abgesprungen, aber das war so, 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 so spät, dass das nicht... ...gezellert hat. Ich weiß gar nicht, wieviel wir jetzt schon haben. Wir müssen jetzt in der zweiten Folge von dieser Aufnahme sein. Hallo! Wohl, wir müssten jetzt eigentlich fast schon am Ende der zweiten Folge dieser Aufnahme sein. So, noch fünf Minuten müssen in dieser Folge sein. Grad mal zwei Drittel, ne? Was? Zwei Drittel. Und du sagst Ende. Was? Was für Ende? Ja, du meinst ja, das wäre ja schon das Ende von der zweiten Folge fast. Fünf Minuten. Ja, mmmm. Für mich sind sobald ein Video noch fünf Minuten geht. Also außer bei so kurzen Videos, die noch fünf Minuten gehen, ist mir das für mich fast das Ende. Also auch so. Also bei 15 Minuten, wie das finde ich, wenn die noch fünf Minuten sind, ist das Ende eigentlich. Für mich. Endlich. Das ist das Ende der Welt, wenn ein Video zehn Minuten schon gedauert hat, wenn noch fünf Minuten geht. Hast du jetzt eigentlich wieviel Abonnenten? Na! Momentan, in meiner Realität hab ich momentan 20 Abonnenten. Immer noch? Hast du nachgeguckt? Ja, hab ich.